Gute hier, hier, Promi Big Brother gestern hier. Ja, ich hab gedacht, je, du, was sind das für Hits hier, du, he, der Willi hier mit der Evelyn unter der Decke hier, du, he, he, und eins kann ich euch sagen, ich war dabei, he, he, ich war unter der Decke, und viele werden sich ja fragen, hier, ist da Sex irgendwie da zwischen dem Willi und Evelyn hier, ich verrate nix, ich sag das nicht, aber ich war unter der Decke hier, gut, es war ein bisschen eng für mich da, die haben mich eingequetscht da und so, aber hier, es war Hits hier, Wahnsinn hier, Wahnsinn hier, und hier, der andere ist ja jetzt raus, vom Eis am Stiel hier, der Dings, der Zari oder wer heißt der, he, 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 Oh ja, schade hier, oh ja, gut, die haben ja alle ein bisschen beruhigt, da, den Kerl und so, gell, und ja, gucken wir mal hier, was da noch abgeht hier, und wie viel Flasche da noch leer gemacht werde hier, du, in der Zeit, gell, vielleicht kommt noch ein Container mit Flasche hinterher geliefert, du, irgendwie, du, was warst denn ich hier, du, die ballern ja alles da weg da drin, in der Hütte, du, Wahnsinn hier, du, aber du willi und die Evelin hier, hm, das ist ein heißer Sommer, du, hier, du, das vertreibt Riechen, du, das kann ich sagen, du, he, 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 also hier, bis dann hier, ich guck dir mir das wieder an, hier, gell, guck dir das auch, wenn ihr Bock habt, gell, und bis dann hier, macht's gut, hier, tschö, 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 tschö